Musik Ja, dann herzlich willkommen heute zur Spielerpräsentation des HC Erlangen, heute hier mitten vom Spielfeld der Arena Nürnberger Versicherung. Wie Sie bereits alle sehen konnten, handelt es sich bei unserem Neuzugang um den norwegischen Nationalspieler und Kreisläufer Petter Överby. Petter wird im Sommer vom dänischen Club Kolding-Kopenhagen zu uns nach Erlangen wechseln, ist aktueller Vize-Weltmeister mit der norwegischen Nationalmannschaft und ist 26 Jahre alt und bestreitete bereits 52 Länderspiele für sein Heimatland. Auf dem Podium begrüße ich neben Petter natürlich unseren Geschäftsführer René Selke und unseren Cheftrainer Adalysan Ejobsson. Die erste Frage heute geht an René. René, was hat denn den HC Erlangen dazu bewogen, Petter nach Erlangen zu holen? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Natürlich freue ich mich sehr, Petter heute hier in Nürnberg begrüßen zu können. Wir haben aufgrund einer sehr seltenen Situation, dass wir unser komplettes Setup auch mal einen Tag länger stehen lassen konnten, uns dafür entschieden, einen etwas anderen Rahmen dafür zu wählen. Ich glaube, wir alle haben noch die positiven Bilder und diese Energie von dem gestrigen Spiel in den Köpfen und im Körper. Und ja, wir haben uns gedacht, diese Energie können wir doch gleich auf unseren Neuzugang ein bisschen übertragen. Und ja, ich freue mich natürlich umso mehr, ihn heute hier in Nürnberg begrüßen zu können. Die Fakten hat Mira ja schon großteils zusammengefasst. Wir haben hier einen noch relativ jungen, aber schon internationalen erfahrenen Kreisläufer hier für den HC Erlangen gewinnen können. Wir haben uns vor einiger Zeit sehr, sehr intensive Gedanken gemacht, was die Kaderplanung für die neue Saison angeht. Und dadurch sind wir natürlich auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen den Innenblock, wir wollen das Abwehrzentrum und die Kreisläuferposition deutlich verstärken. Dadurch muss man natürlich auch noch zwei weitere Entwicklungen sehen, weil man kann sich natürlich jede Woche einen norwegischen oder internationalen erfahrenen Kreisläufer leisten und auch hier nach Nürnberg bzw. zum HC Erlangen nutzen. Dementsprechend waren weitere Entwicklungen dafür notwendig, um diesen Transfer auch möglich zu machen. Die eine war, dass Martin Stranowski uns mitgeteilt hat, dass er einen langfristigen Vertrag in der Heimat unterschreiben konnte. Dadurch wurde für uns auch die Möglichkeit, auch budgettechnisch gegeben, dass wir einen solchen Transfer tätigen konnten. Zusätzlich auch natürlich auf der Position die Entwicklung unseres Chrissy Bissl, der das hervorragend in den letzten Wochen gelöst hat, worauf wir gesagt haben, wir verschieben quasi das Budget von der Linksaußenposition mit ins Zentrum, was glaube ich im modernen Handball auch absolut notwendig ist, dass man dort über eine hohe Qualität verfügt. Und die haben wir mit Petter gefunden. Wir waren seit vielen Wochen an ihm dran und haben am Ende es geschafft, ihn hier für den HC Erlangen begeistern zu können. Das freut mich umso mehr, dass wir hier auch sowohl das Abwehrzentrum als auch unsere Kreisdorfer Position zusammen mit Jonas Tümmler und Jan Schäffer weiter verstärken können, dort in der Breite noch besser aufgestellt sind und damit einfach auch jetzt eine schlagkräftige Truppe für die neue Saison zusammenstellen konnten. Natürlich mussten wir jetzt auch dadurch, durch die Budgetverschiebung, werden wir natürlich auch noch auf der Linksaußenposition was tun. Das wird sich in einem anderen Rahmen natürlich bewegen. Aber ich glaube, dass sich im modernen Handball einfach, und man hat es auch gestern gesehen, wie wichtig es ist, eine starke Abwehr zu stellen. Dadurch profitieren die Torhüter, einen guten Kreisläufer zu haben, der dort die Lücken für die Rückraumschützen reißt und auch möglich macht. Und ja, dadurch sind natürlich dann auch solche Ergebnisse wie gestern noch möglich. Ich glaube, dass wir mit Petter noch eine sehr, sehr gute und schöne Zukunft vor uns haben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir ihn für den HC Erlangen gewinnen konnten. Ja, und wünsche ihm natürlich persönlich alles Gute und eine erfolgreiche Saison. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Dementsprechend haben wir die nächsten Jahre hoffentlich viel Freude an ihm. Vielen Dank. Danke, René. Adli, mit welchen Eigenschaften wird Petter deine Mannschaft ab der nächsten Saison unterstützen? Ja, guten Tag. Petter ist natürlich ein Spieler, der mit seiner Größe einfach ein hervorragender Innenblock-Spieler. Er kann auch auf Halb verteidigen, kann auch als Hintermitte in die 5-1 uns unterstützen. Er ist da auch mit seiner Größe dann ein anderer Spielertyp als Schäfer oder Tümmler. Und kann uns vor allem das ermöglichen, dass wir dann, was wir gestern auch gesehen haben, dass wir bei den Nico oder Hassan mehr Pausen geben können oder auch Schröder. Und haben einfach in die Kombination jetzt mit einem Innenblock-Spieler einfach viel, viel mehrere Möglichkeiten, um Arribel im Block oder unser Rotationssystem ordentlich einzusetzen. Danke, Adli. Petter, was sind deine Gefühle über deinem Transfer in Erlangen? Und was erwartet ihr von der 1. Division? My feelings about coming to Erlangen are I'm really happy and I'm really excited to take this step to the Bundesliga and I'm happy and I'm excited to take a part of the training with the team in the autumn to build something for the next season. So, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Das Mikrofon liegt da vorne. Ja, René, du hast angedeutet, es hat ein bisschen gedauert, bis man den Transfer publik machen konnte. Woran genau hat das gehabert? Was genau waren die Probleme, die ihr damit hattet? Also ich meine, so einen Transfer macht man natürlich nicht im Vorbeigehen. Einen Nationalspieler hier auch mit unseren Rahmenbedingungen zu holen, ist natürlich kein einfaches Unterfangen. Er hat ja jetzt die letzten Jahre beim dänischen Spitzenklub Kolding gespielt, wo er auch noch einen Vertrag hatte. Wir haben es geschafft, ohne einen einzigen Cent an Ablösesumme zu zahlen, ihm dort und zum Herz sehr lang zu transferieren zu können. Das war natürlich kein einfaches Unterfangen. Da waren viele Gespräche, viel Überzeugungsarbeit notwendig. Am Ende haben wir es aber geschafft und darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh, weil das uns jetzt einfach insgesamt stärker macht, breiter aufstellen wird und einen doch wirklich sehr, sehr spektakulären Transfer möglich gemacht hat. Bevor das Impresse des HFC erlangen, erwachsen ist, hast du uns mit ihm schon gekannt? Ich habe Pera seit Elverum, wo er vorher gespielt hat, gekannt und da gab es ja auch ein paar Isländer, die in Elverum waren und dafür habe ich mich gut auch über Peter dort informieren können. Und natürlich seit er jetzt in Kolding ist, in Dänemark hat man auch den Werdegang dieses Jahr ihm gefolgt. Ja, ich habe ihn gekannt. Wir haben ihn ja nicht von heute auf morgen, das war meine Prioritätsposition, muss ich sagen, wo ich hier einkam, dass wir auf diese Position unbedingt was für den Innenblock holen wollen. Wir haben, glaube ich, seit meinem Amtseintritt gesucht und unfassbar viel Zeit investiert, um zu scouten, zu suchen. Und dass wir da am Ende mit Pera das geschafft haben, bin ich sehr glücklich darüber. Was war der Grund für dich zu kommen zum Erlangen in der letzten Saison? Du spielte Champions League und jetzt spielen Bundesliga, aber nicht in internationaler Spiele. Was war der Grund für Erlangen? Was war der Grund für Erlangen? Wird erlangen nicht spielen in der Champions League, sondern spielen in der stärkste Liga im Weltall. Also, ich habe 8 Spiele in der Champions League mit Elgrum oder 30 Spiele in der Bundesliga mit Erlangen. Ich denke, das ist für mich eine bessere Fete. Ich kann nur spielen mit den stärksten Spiele, und ich muss nicht um gegen gegen ein wenigerer Team in Norwegen oder Denmark. Das ist natürlich besser, in meinem Geist. Du hörst über Aarhus, was sie dir gefragt haben? Ja, ich folge die Bundesliga, also ich weiß die Teams, die hier spielen. Ich weiß nicht immer alle Spieler, aber natürlich weiß ich die Teams. Du kennst auch die Spieler? Ja, ich weiß, bevor sie mich interessiert haben, ich weiß die Spieler, die in der Nationale Team haben. Aber wenn sie mich interessiert haben, habe ich ein paar Games gesehen. Und natürlich habe ich mich auf einige der Spieler, ja. Können Sie sich als Spieler beschreiben? Ich spreche nicht so gut Deutsch, aber ich denke, sie haben vielleicht einige meiner Qualitäten. Ich kann beide Fälle spielen. Ich bin groß. Ich kann in verschiedene Fälle spielen. Und ich denke, ich bin auch ein guter Fälle für die anderen Pivo-Spieler, die hier in der Klub sind. Was ist die erste Ausstellung des Halles? Es ist großartig. Ja, es ist eine große, schöne Arena, die ich hoffe, dass wir nach den Ecken füllen können in der nächsten Saison. Haben Sie schon über den Bergkirchweih gehört? Wenn ich über was gehört habe? Bergkirchweih? Nein. Bierfest? Nein, ich habe nicht über den Bierfest gehört, aber ich werde das vielleicht ausprobieren. Vielleicht. Kann man von einer absoluten Wunschverpflichtung sprechen, weil er auch so gut in sein System passt? Ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr lange, das war ja nicht am Anfang klar, wir hatten Peter eigentlich auf der Liste dafür für 2019. Aber wo die Möglichkeit bestanden hat, im Schirm 2018 jetzt zu bekommen, haben wir natürlich alles darauf gesetzt, das hinzukriegen. Von daher kann man sagen, ich habe einen großen Kreislufer gesucht, der vorne und hinten decken kann. Da hatten wir vier bis fünf Kandidaten und ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir von Peter das gemacht haben. Wunschkandidat, ja. War there any other teams of the Bundesliga interested in you? What can I say? It was a little bit special situation with me in the club that I was in. And I wasn't really searching for any club until late. And I cannot confirm or anything with any other teams. Um deine Frage vielleicht noch ein bisschen zu erweitern oder erweitern zu beantworten. Es war natürlich die Situation, dass er ja eigentlich noch einen Vertrag hatte, weswegen er bei vielen Bundesligisten mit Sicherheit nicht als Option zur Verfügung stand. Auch wir hatten ihn ja, wie Alice schon gesagt hat, eigentlich erst ab 2019 wirklich angedacht. Als wir aber durch mehrere Insider-Informationen herausgefunden haben, dass es die Möglichkeit gibt, ihn auch schon zur neuen Saison verpflichten zu können, haben wir, wie schon gesagt, alles versucht und alles daran gesetzt. Und nach, ja, wirklich mehreren Wochen harter Verhandlung ist auch geschafft, ihn, bevor auch alle anderen, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit hatten, da auf diesen Zug mit aufzuspringen, ihn hier für den HCR lang gewinnen zu können. René, wann zieht der um nach Erlangen? Oder wann ist die? Das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren. Ich meine, die neue Saison bzw. die jetzige ist ja bald beendet und dann beginnt erstmal die Sommerpause. Aber in dieser wird mit Sicherheit auch die Zeit genutzt werden, um dann einen Umzug aus Dänemark oder jetzt Norwegen hier nach Erlangen zu vollziehen. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen allen auch ein schönes Wochenende. Und dann, bis jetzt noch ein, ganz schönes Wochenende. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020